Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja Leute, ihr seht das schon im Hintergrund, wir haben heute die Kostümparty SBC am Start. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein, kriegen ein Prime Electrum Spielerset, selbst um halb neun Klingeln hier noch, weil ich habe wollen Süßigkeiten. Wie dem auch sei, wir brauchten mindestens eine gold Qualität, genau zwei seltene, mindestens vier Ligen, maximal ein Spiel aus einem Verein immer. Wir haben ein komplettes Brasilien-Team gebaut, wie ihr seht, mit exakt zwei seltenen Spielern logischerweise. Musst mir einen kaufen, dementsprechend zehn Spiele auf Loyalität, könnt ihr die theoretisch 1 zu 1 nachbauen, wenn ihr der möchtet. Ist halt aber auch nur ein komplettes Brasilien-Team, muss man dazu sagen. Dementsprechend, ja, soll das denke ich mal relativ easy machbar sein. Kostümparty an der Stelle. Ähm, ja, hier sieht man es nochmal. Die ganzen Spieler und ich hoffe natürlich, dass wir was Gutes aus diesem Pack bekommen. Let's go, Kostümparty. Wie gesagt, mal gucken, was sich daraus jetzt ergibt. Ich bin gespannt. Prime Electrum Spielerset, wie gesagt, müsste es sein, genau. Sechs seltene von sechs Goldspielern. Vielleicht wenigstens ein paar seltene Gold auch an der Stelle dabei, hofft man natürlich. Wir gehen sogar ins Stadion, Leute. Let's go. Aber es wird kein Walkout, schade. Ach man, und dann wäre jetzt halt auch immer sofort die Flagge, wo du weißt, dass es Bullshit ist. Der kostet nicht mal 1000 Münzen. Gefi Sigurdsson. Der kostet nicht mal 1000 Münzen. Dementsprechend, ja, weiß man, wie viel man da rausgeholt hat. Schade an der Stelle. Ich hätte gehofft, dass wir wenigstens nochmal einen Scream oder sowas in der Richtung am letzten Tag bekommen. Wird sogar nochmal ein CL-Spieler dahinter. So Maru oder wie er auch heißt. Aber ja, der kostet halt nichts. Genauso wie die ganzen Silberspieler an der Stelle, denke ich mal. Weil da ist jetzt keiner dabei, der irgendwie groß was bringen wird, denke ich mal. Ist halt keiner aus Bundesliga oder CSL dabei. Ja, schade an der Stelle. Ich würde sagen, Leute, das war's noch in diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao.